Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Warface und ihr hört es schon, die Hubschrauber-Rotorblätter bzw. der Antrieb dergleichen sind schon in Schwung und wir werden in Kürze landen. Wir spielen heute die Mission Heiße Luft zusammen mit Malagor, Falcon und Croucher und ich gehe mal schwer davon aus, die wissen alle, was sie tun. Von daher, tja, wer weiß, vielleicht laden wir irgendwann mal auf einer der besten Risten. Windspanne mit menschlichem Leid. Wir müssen die Verfehlers befreien. Wir müssen Blackwood ausradieren. Ja, das müssen wir und nicht nur zum ersten Mal. Und es geht los. Die Luke geht auf, wir stürmen raus. Und Achtung, rechte Flanke sichern. Rechte Flanke sichern, rechte Flanke gesichert. Ich bin auf der rechten Flanke. Und wir werden gleich sehen, ob das gut so war. Oh, Moment, da oben. Da oben, da oben, da oben, da oben. So, der Sprengmeister ist weg. Wieso? Okay, aus irgendeinem Grund. Habe ich noch eine Münze? Nein, habe ich nicht. Sanitäter, Sanitäter. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Reißt ihn zu Boden, reißt ihn zu Boden. Okay, das sieht gut aus. Heb mich hoch. Dankeschön. Oh mein Gott. Boah, was war das gerade? Schade. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich von hinten geschlagen wurde. So, vorrücken. Vorrücken. Achtung. Sprengmeister auf der linken Flanke. Scharfschütze ist ausgeschaltet. So, komm hoch. So, wo ist der Sprengmeister? Das wissen wir nicht. Ich sehe ihn nicht. So, Scharfschütze da oben am Fenster ist ausgeschaltet. Und vorwärts. Und vorwärts. In Bewegung bleiben, in Bewegung bleiben. Wir müssen da runter. Nein! Nein! Alter, geh weg! Ja, jetzt müsst ihr mich aber auch aufheben. Okay. Wieder zur Hauptwaffe wechseln. Ich muss ja Munition geben. Ich bin Schütze einer von den Fähigkeiten, die wir schützen haben. Wir können uns selber und anderen Munition geben. Und bei diesem Licht müssen wir auf jeden Fall aufpassen, denn das hier ist ein Sniper. So, wir bleiben unten. Der Checkpoint ist zugeflaggt mit Rauchgranaten. So, komm hoch. Steig auf. Steig auf. Wo sind wir nicht, ob ich es da geht oder was? Achtung, da oben. Geht er jetzt weg. Wo, 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 wo? Gib mir einen anderen Punkt. Da oben, war das da oben auf dem Dach? Ist er jetzt gerade eben tot? Okay. Okay. Okay, Sniper auf dem Dach. Sniper auf dem Dach. So, Flanken... Oh, nein. Da wollte ich nicht runterspringen. Flanken sichern. Flanken sichern. Sicher den Ausstieg aus dieser Mission. Naja, zumindest mal den ersten Teil. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Einer ist tot. Das ist ein Schützer. Die beiden Sanitäter sind am Leben. Okay, komm rein. Komm. Du auch, Valkern. Jawohl, ist ja schön. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Es geht in den zweiten Teil. Und was haben wir denn da? Tötefeinde mit einer Pistole. 27 von 20. Tötefeinde durch Kopfschütze im Sliden. Tötefeinde mit einer Pistole? Da wechseln wir doch standardmäßig zu unserer Pistole, würde ich sagen. Okay, ich gehe ins hintere Fenster. Wenn du denkst, du musst da vorne rum sitzen, dann gehe ich da hinten hin. Mal schauen, ob wir was sehen. Nein. Alles klar. Achtung, Kluke geht auf. Deckung. Raus wird euch. Raus, 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 raus. So, wir müssen 9 haben auf dem Konto. Jawohl, 9 von 20. Moment, 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 Moment. Was, 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 was? Ich habe gerade nicht mitgehört. Okay, wir haben glaube ich ein Problem. Nein. Doch, 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 doch. Wir haben da hinten. Ach, da hinten. Okay, weiter, 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 weiter. Stimmt. Voran, voran. Okay, das sieht gut aus. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Okay, weiter, 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 weiter. Okay, hier ist nichts. Ah, da oben. Jawohl. 11 von 20. Es fehlt nicht mehr so viel. Müssen wir mal eben Munition, mal eine Pistole geben. Nein, nicht die MG, die Pistole. Dankeschön. Ich kriege das mit dem Helikopter hin, dann kriegen wir dann auch den Rest hin. Okay, hier oben ist niemand. Wartet auf mich, wartet auf mich, weil da hinten war gerade einer. Aber, wo war das Helikopter, war das Helikopter? Ja, sieht so aus. Munition, Gesundheit und Panzerung regeneriert. Kameraden wiederbelebt. Begibt euch zum Upschrauber. Okay, aber wir haben unsere Munitions... Ah, Mist. Ich wollte eigentlich die Befehle des Kommandanten ausführen. Aber wir hätten das, glaube ich, in der ersten Episode tun sollen. Da waren wesentlich mehr Gegner. Ich habe gar nicht so viele Gegner vor der Flinte gehabt. Mann, Mann, Mann. Na gut, kommt. Wir fliehen. Und ab geht's in den Heli. Abtransport. Wir sind tot. Keiner ist tot. Es ist sogar minimal nur Gesundheit verloren worden. Der Upschrauber ist auf dem Boden. Und kommt jetzt runter. Ja, der Massaker am Upschrauber hat. Weiß zum Geier. Gibt es hier irgendwelche Probleme? Oder soll ich mich mit irgendjemandem in psychologischer Betreuung unterhalten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Mission geglückt. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Und hier haben wir den First Win Bonus. Bobek leider Gottes nicht. Der muss hier schon mal gewesen sein. Und auch die Mission schon mal gewonnen haben. Schade für dich, dass für dich so wenig rausgesprungen ist. Aber hey, du warst schon mal hier. Du hättest wissen müssen, wie es abläuft. Nun, weißt du Bescheid. So, wir schauen mal eben, was wir als Belohnung bekommen haben. Oder ob wir überhaupt schon den Schalldämpfer eingerlöst haben. Der ja momentan gerade ausgewählt ist als Zubehör. Ich vermute aber mal nicht. Nein, wir haben noch nicht freigeschaltet. Schade eigentlich. Gut. Moment folgen, Päuschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder in einem der anderen Plays. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und mach's gut. Tschüss. Ich bin lange. Wir sehen uns in diesem DOD. Vielen Dank.